So, ähm, hallo, zurück zu Liss. Das läuft. Hallo, Zug zu Liss. Der erste Zug geht an Drachenkrebs. Heute beim 2 gegen 2. Team Blau gegen Team Rot. Da gibt's erstmal Daumen hoch, der Sky. Ja, dann nehmen wir uns erstmal das erste Ressort. Da kauft er sich erstmal Body für Rot. Das mag's Reihe nicht so. Jetzt bin ich dran. Alter, das ist doch unfassbar. Dann holen wir uns auch. Geil. Peking holen für Fisch. Oh mein Gott. Würfel, er würfelt und er holt Fisch. Peking. Wahrscheinlich. Ach, die verhörste Insel. In der ersten Runde ist das so kacke. Okay, ich komm mit. Echt? Echt jetzt? Ja. Junge, wir müssen Geschäfte herantreiben. Ihr seid einfach keine Geschäftsmänner. Nein, sind wir wirklich nicht. Ich geh mal vor, wir chillen lieber. Alter, und die gehen einfach auf Risiko. Ja, wir holen uns die Ressorts. Die haben gleich schon ein Monopol auf Ressorts, sehe ich jetzt schon. Und dann würfelt der nochmal und holt sich wahrscheinlich Dubai oder so. Ach nee, ein Ereignis. Ah, hier. Dann muss ich jetzt sagen, ich bin hellblau und du bist dunkelblau. Nein, natürlich, hat der auch noch Geburtstag. Ja. Und ich würfel nochmal. Das ist doch, ich mach auch noch eine Weltkreise. Ähm, Brick, wir haben unser eigenes Spiel sozusagen, aber wir sind halt im Team. Aktion auswählen. Ich frag mich, wie das dann ist, wenn man eine Pankrott... Äh, nee. Würde ich auch gern wissen. Vielleicht werden wir es ja herausfinden. Ah, ich versuch mal zu würfeln. Ob das wohl wieder so eine lange Folge dann wird? Ah, so ein Mist, aber... Das werden Stundenfolgen. Ja. Äh, ich teile jetzt eigentlich immer auf, die Folgen, wenn die so lang sind. Nö, das würde ich nicht aufteilen. Ne, nicht bei dem Spiel. Das geht doch immer eine Stunde, genau. Ja. Also, in der letzten Aufnahme habe ich es aufgeteilt in zwei Folgen einfach. Ey, warte, DK, Dubai und Niksa. Wehe, Stadt zum Humi reisen. Du gehst auf Dubai und du gehst dann auf Niksa. Alter. Es ist doch echt unglaublich. Weil dann haben wir alle Ressources. Wie soll ich jetzt auf Niksa kommen? Das kannst du einfach klicken. Ach. Oh. Oh Mann. Wir sind so gut. Ja, wir sind ja auch auf der verlassenen Insel. Ich glaube, wir starten das Spiel einfach schneller. Ey, könnt ihr euch doch einfach freikaufen. Dann geben wir ja Geld aus. Geht. Wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt. Lass es, lass es. Ich bin hier der Geschäftsmann. Na, Niksa. Du bist ein toller Geschäftsmann. Wir sind hier nicht alle Geschäftsmänner. Nein, jetzt haben wir 200k für jedes Ressort. Das war die Runde. Warum? Wenn man alle Ressorts hat, gewinnt man. Das sind Insta-Bildinger. Ja gut, ich glaube, wir machen jetzt einfach noch eine Runde. Ja. Das war ja echt. Alter. Wie geil. Wie geil. Wir haben kein einziges Haus. Wie kann ich jetzt wo beitreten? Er hat dir doch eine Einladung geschickt. Bereit. Bereit, 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 bereit. Und er hat einfach drei Siege, Elis. Der Obergewinner hier. Ich bin hier einfach ein Geschäftsmann. Das merkt man. Ich bin bereit, mein Schätzchen. So, ich nehme wieder meinen Standardcharakter. Ah, wieder die gleichen Teams. Ja. Ja, ich glaube, das liegt an der Reihenfolge, wie man reinjoint. So, die Geschäftsmänner. Die Zwillingen ist ein Bruder. Skywalker, was soll der Scheiß? Hä? Der erste... Alter, das ist doch echt unfassbar. Schon wieder. Der schotzt sich wieder Barney. Nee, nein. Aber B, okay. Das hatten wir letzte Runde auch. Nee. Aber diesmal sind wir wenigstens mal dran. Rage, quit. Was? Nicht wirklich. Nein. 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 Endlich mal. Gewinnen wir was. Yay. Oh. Ach. Ach ey, ernsthaft. Mein Freund, komm doch zu mir. Ach, schade. Und dann holt er sich... Dann kommt er mit zu... Die Werkmeisterschaft, komm. Ja. Nein, Berlin. Berlin ist auch okay. So, Aktion auswählen. Würfeln. Und was wir futtert diesmal. London. Gals. Oha. Dann würfel ich auch mal eben. Und hol mir Dubai. Und damit ist ein Ressort schon mal auf unserer Seite. So, machen wir das. Auf jeden Fall irgendein Ressort jetzt holen. Hm. Nö. Müsst ihr nicht. Müsst nicht. Ihr könnt ihr auch einfach uns überlassen. Hier von der Flasche. Insel, auch schön. Ich hol heute keine Städte, der CDK. Keine Sache. Hä? Las Vegas. Wieso nicht New York? Tja, weil... Weil du schlecht bist. Alter, wir müssen uns New York holen. Fuck. Holt ihr New York. Ich sagte New York, nicht Las Vegas. Ist doch in der Nähe. Sind nur 1000 Kilometer entfernt. Ah, mit der Stadt habe ich irgendeine... Ich weiß nicht was, aber irgendwann erinnere ich mich, dass da irgendwas mit war. Das kleine Kaff, meinst du? Ja. Ja, die Cargo holen wir uns erstmal. Alter, das ist doch unfassbar. Kostet ja nur 5000 Kilometer. Ich sollte eigentlich der Geschäftsmann sein. Du solltest dich aus... So hatten wir das überhaupt gemacht. Ja, ich meine... Was kann ich denn dafür? Ich bin halt so ein alter, äh... Alter Sack. Ja, das auch. Aber ich bin vor allem... Ja, das auch. Ja. 18 Jahren. Was heißt ja 18 Jahren. Bist du doch. Nein. Momentan bin ich noch 20. Äh, wer, 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 wer? Wenn diese Folge rauskommt, wird er 23. Ja. Ja. Alter. Nee, 30. Dann ist er wirklich ein alter Sack. Ja, wahrscheinlich. Vorausgerechnet, Junge. Ne? Ja. Danke. So. Ich hol mir dann Hongkong, okay? Oh. Und würfeln muss ich auch nochmal. Ah, London. Das gehört uns ja. Ja. Einmal upgraden, bitte. Ja, das wird langsam zwar riskant, aber... Jetzt haben wir auf London auch ein fettes Haus. Wow. Man muss investieren, um Geld zu machen. Das hast du gut erkannt. Ich hab heute wieder Geburtstag. Alter, wie oft hat der denn Geburtstag? Ja, ich hatte... Ich hatte eben schon Geburtstag, jetzt hab ich halt auch nochmal Geburtstag. Ihr wollt mir halt auch... Also ich glaub... Ich glaube, der hat irgendwie einen Pakt mit dem Teufel. Ach. Na, also... Zahl dann die 200. Ja, neulich. Das weiß kein Sinn. Alter. Naja. Gehen wir erstmal hier und upgraden das auch noch. Das gibt's ja nicht. Doch, das gibt's. Jetzt holen wir auf. Wir haben... Letzte Runde haben wir nur gechillt. Letzte Runde haben wir nur gechillt, Junge. Dadurch kann jetzt keiner mehr gewinnen. Es könnte auch welche gewinnen, wenn ihr jetzt pleite geht. Oder der Timer abläuft. Hamburg, Hamburg ist gut. Alter. Fuck. Haben die einfach ein Deutschland-Monopol. Ich hab keine Ahnung. Das sind die guten Deutschländer, ne? Aber wahrscheinlich hat man auch gewonnen, wenn man eine komplett... Da geht er auch noch hin. Ne, äh... Nur diese, ähm... Dinger, äh... Also hier die... Die Resorts, ähm... Ereignis. Dann... Wählein statt, um die Weltmeisterschaft abzuhalten, ne? Das ist doch vielversprechend. Das ist doch unglaublich. Äh, ja, wo ich bin. Das ist am teuersten. Ja, eine Million. Unglaublich. Wir sind halt gute Geschäftsmänner. Soweit die weißen, Entferno Resorts, bankrott. Ja, ich kann mir leider nichts kaufen gerade. Ich bin... Und ansonsten... Ich bin gerade nicht gut bei Kasse. Ja. Venedig. Fast schon. Da holt er sich Venedig. Die Straße ist gut. Irgendwie finde ich dich jetzt viel spannender. Ja? Wir haben ja schon gesehen, dass das schnell enden kann. Diese Runde werden wir wahrscheinlich auch wieder beenden. Ja, denkst du? Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Ah, noch ein Hotel. Alter! Wir rüsten auf. Ist was? Habt ihr was? Ja, wir haben was. Entschuldigung, ich kann meine Spielsucht nicht kontrollieren. Du bist so ein Idiot! Wie oft habe ich dir gesagt, mach eine Therapie wegen Spielsucht? Es tut mir leid. Du weißt, dass ihr das nicht bekommt. Es tut mir leid. Ja, kauf ich dir ab. Dann ist es jetzt meins. Da hast du wieder ein bisschen Yellow auf Tasche. Nee, das gehört ja uns. Ja. Farben ändern sich nur leicht. Ja? Aber jetzt ist es halt unter meiner Aufsicht erstmal. Ja. Du bist jetzt der neue Hotelmanager. Ja. Hast du das gerade gekauft? Ja, ich hab's ihm abgekauft und damit bin ich jetzt der Verantwortliche dafür. Warte, wird's dadurch teurer? Fuck! Alter, kack. Kann das sein, dass es dann teurer ist? Scheiß, die Wand dann! Das ist doch nicht dein Ernst! Scheiß, die Wand dann! Nein! Er ist genau da drauf gegangen. Was machst du? Ich muss London verkaufen, tut mir leid. Alter, du! Warum habe ich den als Partner? Ich will Teams wechseln. Mir gefällt Ihnen als Teampartner. Alter, es ist euch nicht zu glauben. Brick, ich war, ich hatte einen zu langen Aufenthalt, ich hab zu viele Animes gespielt. Jawoll! Ja, hast du ihn erfahrt. Jetzt New York. Irgendwie sind die Runden jetzt viel schneller. Findet ihr nicht auch? Mhm, jetzt Weltmasse. Das ist halt so. Es ist doof, da zahlen die uns keine Steuern. Ja. Äh. Hey, Bruder, was geht? Hahaha! Wir wollen mir das nicht aussitzen, einfach. Obwohl, nee, da sind noch so viele Städte. Nee. Peking! Der ist so riskant. Nee, Madrid ist sogar immer noch unter meiner Kontrolle. Ist die hellere Farbe. Basch! Ja, mach ich mal einen kleinen Kau. Aber du bist dunkler. Mach jetzt noch einen Pasch. Nein. Superm! Kann ich mir leider nicht kaufen. Gut, dass wir ja, äh, einen Bali haben. Junge, wieso kannst du es dir nicht kaufen? Weil ich nicht genug Geld hab. Ach so, dann kannst du es nicht kaufen. Ja. Alter, kannst du jetzt auch mal eine Stadt bekommen? Ja, ein Hotel ist schön, aber... Nee, du kriegst keine Stadt. Alter, wir sind echt nicht so... Ja, wir machen... Wir rüsten halt auf. Ja. Das gibt's doch nicht! Und? Hamburg oder Berlin? Das gibt's doch nicht! Du bist... Es hätte noch ein bisschen schlimmer kommen. Alter! Ja, warum auch nicht? Jetzt muss ich hier den ganzen Scheiß alleine aussitzen! Weil ich so einen unfähigen Partner hatte! Ach, er könnte es dich leisten! Ja, ihr seid ja nie auf unseren Städten! Jetzt muss ich hier gegen die Gelbsäcke spielen! Wir sind einfach so gut, Dikker! Wir müssen einfach... Ach. Oh. Ja, holt man sich mal... Jetzt müssen wir eigentlich so einen kleinen Parasiten da entfernen! Alter, natürlich! Bankrott! Ähm... Nee, er möchte noch! Er kämpft noch! Mann! Wir hatten von Anfang an keine Chance, Brick! Ja, wir landen ja auch immer am Anfang auf der verlassenden Insel mit mindestens einem! Einer von uns landet immer auf der verlassenden Insel! Und in der Zeit holen die sich alle... Alle wichtigen Bereiche! Die dort sind nicht mehr auf die Schicht in Höhe! Aber immerhin zahlen die jetzt mal Steuern! Ja, immerhin etwas! Das haben sie auch... Deutlich viel... Alter, da muss ich auch noch nach Bali! Du meinst, dass ich so viele Besitzzümer hab! Mann! Mann! Ich hab' ja fast nichts! Ich... Ich geh' einfach nur von unseren Steppen da aus! Hä? Achso! Ich hab' nicht genug Geld, um die auszubauen! Oh, scheiße! Äh... Naja... Brick kriegen wir schon klein! Pfff! Was heißt, wir kriegen mich schon klein? Ich bin klein! Stimmt! Stimmt! Wir kriegen dich noch bankrott! Boah! Ja! Was für ein Investment! Geile Investition! Ja! Ich geh' erst mal auf die verlassenen Insel! Da abflugt doch echt nicht dein Ernst! Da geht sogar mein kleiner Bruder! Da applaudiert mein kleiner Bruder von unten! Ja! 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 Wer machst denn jetzt? Machst du oder? Alter! Ich schieb dir mal ein bisschen Geld zu! Ach nee! Ich kann's gar nicht am besten! Ja! Natürlich! Er hat noch Lior! Ja! Das ist auch das einzige was ich habe! Und das muss ich verkaufen dafür! Mann! Ich hab' hier nichts mehr! Durch Sydney! Ja! Außer Sydney! Ja! Das ist gut! Das kann er sich nicht mehr rein! Ach! Mann! Ja! Ja! Nein! Tue ich nicht! Äh! Ist mir doch scheißegal! Ja! Natürlich! Zypern auch noch! 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 Aachen Ereignisfeld! Gib einer Stadt an irgendein! NACHTÜRLICH! Muss ich jetzt auch noch ne Stadt abgeben! NACHTÜRLICH! Was? Ja warte! Wenn ich das Ressort verkaufe bin ich tot! Ich muss die eine Stadt die ich hatte abgeben! Wie viel Pech kann ich haben? 50% Rabatt auf die nächste Miete! Was mit dem nächsten? Ja! Wenn du jetzt auf Dubai kommst... Ja! Würde der dann... Rick! Du schaffst das schon! Ich glaub da an dich! Ich nicht! no pressure no pressure die soll man nicht an sich glauben noch wenn wenn ich eine gebiet habe frick hat null chance ja wir sind ja gute geschäftsfahrer damit da berät man sich halt immer immer gerechtigkeit hier das bisschen geld er wirft würfelt der hier so ausgang ein noch ausbauen ja na klar geht nicht okay alles klar hier nehmt noch mehr geld und noch mal auch ein ereignisfeld wir leisten und direkt zur weltreise da immer in etwas ich komme nur auf unsere häuser da ist ja auch nicht da ne ist ja egal kann man nicht mal upgraden so mal sehen was kauft er sich london kann er doch gar nicht mehr hat er sich nicht nur ach komm warum nicht gehe ich auf risiko verlieren kann ich eh nichts mehr das kann doch nicht wahr sein ich glaube das spiel hat mitleid mit brick ja genau also wenn die weltmeisterschaft im wachstum hier kann ich mich sehen was da passiert tokio komm wieso ist auch tokio warum kann ich sagen Chicago mach Chicago Tokio bringt mehr ja komm dann mach Tokio meinst du ciao 1,8 millionen jetzt ist Brick eh weg ja ja wenn er auf irgendwas drauf kommt ist er weg ja das bin ich nicht ich dachte schon oh ja tschüss tschüss hey wie geht's dir alter Kumpel ähhhh ach das kann er sich noch leisten wenn er für London verkauft ja ich muss jetzt alles verkaufen jetzt habe ich gar nichts mehr aber grad so hält er sich noch über Wasser grad so ja grad so langsam reicht es aber auch mal aus Mitleid ich komme mir ja gar nicht voran ach ja Brick hat ja jetzt keine Möglichkeit mehr Geld zu verdienen doch wenn ich über den Staat laufe ja 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 ich kann mir das nicht mehr kaufen ja 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 wieso du weißt ja gar nicht was Pech ist die Reichen verlieren völlig den Bezug zur Realität während arme Leute wie ich hier von nichts leben alter Brick du hast voll Glück ja komm damit ich wenigstens irgendwas habe also ich ich kann es dir verstehen ja die komplette Runde war ich nur auf auf so und jetzt nochmal dreimal dreimal ähm Weltmeisterschaft ja ja stimmt das machen wir noch wow genau wenn der jetzt auf dem Verlassen funktioniert diese Karte eigentlich hat man ein Floß immer auf dem Rücken oder ich habe irgendwie mehr Glück als Verstand gerade ja 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 ernst merkt man ich habe immer eine kleine Fahne in Mailand und es geht weiter na Venedig ja ich komm ich kann heute nichts mehr kaufen ne komm kauf sie noch schnell Dubai ja dann dann es ist seit wenigstens ein Ende Mann wollen wir noch ne Runde ja noch ne Wollen wir noch ne Runde